Soundchat Euch erwartet nächste Saison ein super vielfältiges Programm und genau deswegen haben wir ein neues Format entwickelt. Darf ich dich filmen? Hat keiner mehr gesagt, oder? Sound für das Konzert und Chat für das Danach. Soundchat ist ein Konzertformat für junges Publikum ab 12 Jahren. Was schenkst du, die Amadeus Award Gewinner inne, bringen ihre Hitlermischung aus Jazz, Apobeat und Gospel-Einflüssen in eine relativ unkonventionelle Besetzung durch zwei Schlagzeuge, zwei Bessen und drei Blasinstrumenten hier in dem Mozart-Saal. Schick. Naja, aber so schick auch nicht. Marius Behmann und Christian Bakernitsch, die sich bewegen zwischen Folk, Pop, Tango Nuevo und Jazz. Musik. Was ganz Besonderes passiert hier, wenn Benni Omezell mit seinen New Stoics auftritt. Hier verwandelt sich nämlich der Mozart-Saal in ein Kino. Benni Omezell hat die Musik selbst komponiert zu seinem eigenen Animationsfilm, in dem eine hölzerne Puppe zum Leben erweckt wird. Den Zyklus beenden Alexandra Somm und Ilja Amar, eine Geigerin und ein Librofonist, die mit ihren Neuinterpretationen von Klassikstücken und Folkmusik einen Bogen von Spanien über Osteuropa in den Nahen Osten spart. Weißt du, was unter den Top-Drei-Dingen nach einem Konzert ist, die ich überhaupt nicht machen will? Nach Hause gehen. Musst du auch nicht, weil nämlich bei Soundchat findet hier im Bärössaal-Buffet noch der Chat-Teil statt. Also du kannst mit deinen Freundinnen noch über das Konzert sprechen, du kannst den Künstlerinnen alle Fragen stellen, die dir die ganze Zeit schon auf der Zunge gebrannt sind, noch was trinken. Oder? Vielleicht gibt es ja noch eine kleine Akustik-Session. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch in der nächsten Saison. Bei Soundchat. Auch bei Soundchat. Untertitelung des ZDF, 2020